ja hallo meine freunde wir sind jetzt hier zurück im main camp und ja das letzte mal wird gesagt wir bauen hier unseren marktplatz hin allerdings hat sich das jetzt geändert und der wird dann da oben entstehen da ist auch ganz viel neues zeug das zeige ich euch gleich allerdings will ich jetzt euch noch was anderes zeigen und zwar den shader den ich hier drin habe der ist nämlich ultra geil und zwar hat er auch so schärfe einstellungen drin zum beispiel wenn ich jetzt hier nahe anguckt dann wird es so anfokussiert und der hintergrund wird so ein bisschen unscharf wenn ich jetzt wieder so in die ferne gucke wird das nahe unscharf und das ist saugeil wie das menschliche auge eigentlich aber ich nehme jetzt auch nicht alleine auf nein ich gehe jetzt zu karl und metos die sind nämlich gerade im livestream und da mache ich ein bisschen mit bitteschön das ist der link von dem lieben als blöden wichser dann wisst ihr auch wenn er extrem verzockt ist der gerade geredet hat klickt aber auf den link der kommt auf seinen kanal krass tut es nicht sonst geht eine bombe in eurem zimmer los ok das weh ich habe ganz ganz böse kopfschmerzen leute was wollten hier noch machen hier also also die bäume kommen wieder weg darf ich hier ein brunnen hinbauen das war der plan das soll im brunnen hin ok aber ich werde einen schönen brunnen haben ja was ist das für ein name hier ist sowas wie da unten ne der ist nicht schön ne aber so ähnlich ja ich will einen schönen brunnen alter junge oder mädchen was das für ein name alter aber auf jeden fall lehren das ihm geht oben steht es 20 bis 22 oder 22 vor 30 und vielleicht hängt es noch noch ein bisschen was ran in dem ich ein mini game spiele ich bin aber noch nicht sicher dass ich hundertprozentig versprechen so und jetzt gucke ich mal wieder nicht mehr ins stream sondern ich bleibe jetzt bei mein camp dass man hier drin weil hier muss ja auch was tun und da ist der metos der rote kerl und karl was sagst du den marktstätten bis jetzt scheiße alles scheiße alles scheiße muss ich wieder abreißen nein hör auf ich reiß das alles kalt wieder ab ja deswegen baust du noch so einen irgendwie grad hat es geleckt ja bei mir auch also bei mir leckt gar nichts nö bei mir passt alles bei dir leckt nur deine freundin ich sollte mal hey 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 aber bau nicht die ganzen bäume ab ne ich bau nur einen ab jetzt hast du nur das fand ich eigentlich auch ganz schön also ich glaube die gegner so war soma ja noch gegner sagen kann weil gegner ist ja nicht mehr da in dem sinne die haben wohl noch keinen marktplatz denke ich mir mal und sie haben gar nichts mehr da spielt auch keiner mehr eigentlich mit pain da hinlaufen aber er hat gesagt er geht ja nicht mehr in die base auch wenn er nichts böses macht und ja das wird sich sehen aber ich denke mal bestimmt dass die keinen marktplatz haben 100 pro wenn dann haben sie angefangen aber bestimmt so richtig lulatsch mäßig ja der abkratzer kann er jetzt zurzeit nicht weil er hat jetzt besucht gehabt eine ganze lange zeit und jetzt ist sein pc kaputt gewesen der ist in der werkstatt genau er hofft dass er ihn heute wieder bekommen ich habe ihn heute noch nicht getroffen aber ich werde ihn nachher mal kontaktieren mal gucken was er dazu sagt ob er wieder bekommen hat oder nicht kam ist da bist da bist du was kaputt seine lüfter und irgendwas lüfters ausgefahren und so und dann hat er auch mal nur noch sieben fps gehabt dadurch und so keine ahnung ich würde mal sagen läuft aber richtig läuft richtig bei ihm ist der ist die form des brunns und die größe ist okay will mal jemand gucken moment gleich mal ich war mir nur kurz eine neue spitzhack wie viel erde ich mal im winter haben das ist so schrecklich glaube ich fange mal an schon mal meine erde loszuwerden anstatt sie einfach nur in kisten zu stopfen also weiß ich auch schon was ich hier zu tun habe das ist mal so nebenbei und zwar ich habe jetzt vor die tage mal wieder eine schöne pvp runde aufzunehmen und bin jetzt auf der suche nach ein paar leuten damit dass man zu viert aufnimmt also beziehungsweise zu viert ist jetzt da auch vielleicht eventuell ist zu wer jetzt so ja klar aber ich habe keine ahnung mit dem ethos Alex komm mal her Alex Alex aber auch hier nicht so Alex hallo Alex ich kann nicht hier her hallo Alex verdammt jetzt habe ich keine... merkst du jetzt dass es der falsche ist? Mann Kalle Leute wollt ihr wissen wer Metos heißt? Metos heißt Günther naja das ist Olaf, das ist Olaf, das ist Olaf, 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 Olaf und das ist... Kalle, Kalle bitte keine Drogen mehr Das ist echt schlimm Günther, ey, Günther, bleibt nochmal stehen, Günther, Günther Ah, da darf ich mich hier ausarbeiten Mach mir lieber mal ein bisschen Stein Was ist Stein? Öh Ja Hat jemand von euch noch Cobblestone? Ähm, Cobblestone ist bei uns richtig schlecht, Alter Aber irgendwie leckt es aber wirklich, ne? Kann das sein? Ja, gerade jetzt, äh, ja Entweder schmiert er jetzt ab oder ich weiß nicht Ja, time out Wuuuuh, Kalle, wuuuuh Hands up, baby, ganz schön Ah, der Kandidat hat 99 Gummipunkte Läuft, läuft, läuft So, da sind wir wieder, der Show weg geht wieder, supergeil Passwort Supergeil Und das Passwort mit woanders Sehr, sehr geil Sehr, sehr geile Schweinskopf-Sülze Ja, genau Sehr, sehr geiles Klopapier Ich muss jetzt Stein machen Supergeil Supergeil, genau Boah, ich will hier hochkommen Boah, ich will hier hochkommen Das seh ich gerade hier Au Alter Herr Jemine, das ist immer so richtig geil Nachdem ich es gestreamt habe, ich immer über 80 Leute im Folge Voll Hammer Hihihihi Jo Kalle, wollen wir das nächsten Samstag andersrum machen? Du kommst bei mir in Livestream Ja, gerne Ja, gerne Ich werde aber trotzdem noch zu hören Er kommt bei dir im Livestream Ja, äh Ja, nein Das muss man so ein bisschen abwechseln können Wäre da auch eine geile Sache Dann stream ich Freitag dafür So Musst du mir jetzt mal gucken? Das heißt, wir brauchen so ein paar Truhen und so Ne? Ja Ähm Und Wolle Und Hast du Heu gemacht gehabt? Nein Oh Okay Game Server Game Server Dann geh ich mir zum Heu machen So, ich bin im Web-Unterface Das heißt, wenn auch nur was ist Starte ich selber neu Ich hab mich mal eingeloggt Ich guck jetzt mal ganz kurz Vielleicht heißt er Dieter Äh, Metos Heißt du Dieter? Haha Vielleicht auch Manuel Neuer Genau Vielleicht heißt er gar nicht Metos Sondern Manuel Neuer Haha Vielleicht Das wird zu Metos passen Was? Nein M für Manuel Und Ethos für Neuer Hahaha Ähm Nein Nein So Ähm Genau Jetzt weiß ich wieder was ich wollte Ihr macht mich nicht fertig hier Alter ohne Witz Ich hab grad Zuschauer drauf hingewiesen wie viele Zuschauer ich habe Ich habe über 100 Leute die zuschauen gerade Woah Alter Fett Nice Wie fett genau 100 Kilo Ähm 500 Pfund Alter So fett ist das für mich Junge 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 ist ja geil Aber richtig geil Ich bin grad jetzt reit der 100 und jetzt sind es 112 bei mir Nice Wow Ey haben wir Glowstone Weiß das einer? Glowstone Ähm ja ich hab ein bisschen Glowstonestone warte So ich bin jetzt wieder Weil das wäre saugeil für den Brunnen Ja ja das wär Am besten Am besten wär noch ein Tageslichtsensor Muss ich ja ehrlich sagen Frisst der da alter Nimm dir mal die Hand vor den Mund Äh Ups Tut mir leid Habe ich dich hinterher gepupst du Also echt man Kalle An deinen Manieren müssen wir noch ein bisschen arbeiten Da ist der Methos Bisschen ist gut So du brauchst richtiges Glowstone ne? Ne unrichtiges Ach ne Knochenmäh hatten wir ja nicht ne? Mach dir dann jetzt richtigen Richtigen Stoned Also Du weißt schon Was bist du stoned? Ja ich bin stoned Also ehrlich Das Kann man nix anfangen So 32 Glowstone dürfen doch reichen oder? Jaja ich brauch nicht so viel Ich hab nämlich 2 6 Glowstone-Shop gehabt Weil ich noch nether war Aber es ist echt immer schwierig Glowstone zu bekommen Weil Weil das beste Glowstone-Adern Immer mitten über der Lava schweben Jedes Mal Das ist total zum Kotzen Kotzen Ist das so Gullarsch? Ja hier bitteschön Den Rest kannst du mir ja wiedergeben vielleicht Ne Den verbrenne ich Dankeschön Ja echt jetzt Ja Ich dachte mir für den Rest Gehe ich zurück in den Nether und setze sie irgendwo hin Hehehehe So jetzt hol ich mir mal hier Alle runter Zack 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 Was Kalle? Was? Alter wie viel Stacks Erde ich mal im Inventar habe Es ist so traurig ist das Hier ist nochmal mehr drin Leute Guckt euch das an ey Puh Und jetzt spring ich hier jetzt einfach mal runter Waaay So Und dann Bauen wir hier mal schön Zack 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 Weil ich habe ja keinen Koppel Aber ich möchte schon mal hier ein bisschen Die Landschaft bisschen Machen so wie ich es wollte Weil Ihr müsst euch jetzt so vorstellen Hier kommt eine Mauer hoch Auf die Höhe hier wo wir sind Das wird dann alles hier begradigt Komplett Alles begradigt hier Alter haben wir so viel Kies Dass wir solche Wege hier legen können Dann geht es einmal hier hinten rum Da hinten zack Hier die Landzone lang Und da hinten dann auf Sticht es wieder irgendwo Da beim Turm oder so an Also das ist schon eine ganz schöne Arbeit Und das wird richtig viel Erde kosten Ich meine wir hatten vorher viel mehr Erde als Koppel Und später wird es andersrum wieder sein Weil wir einfach Erde brauchen Und nicht so viel Erde haben Für diese riesen Fläche Weil Ihr wisst ja selber alle Wie schnell so ein Scheiß Deck aufgebraucht ist Dann denkt man so Oh geil ein Stack Und dann Weg ist es Vor allem wenn es so ein Gebrauch ist Wie Koppel oder Erde Ja Ich rede so ruhig und mystisch Weil die Musik ist so fast Ja Die ist so traurig So so Oh Für die Leute die wissen wollen Was das für eine Musik ist Die Musik ist von Beatery Wow Von Gainery Ey So 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 Ja Das sieht doch schon aus Ich hol jetzt erstmal eine unendliche Wasserquelle Boys and Girls So Ach das Wir haben eine unendliche Wasserquelle Das nennt sich Meer Ich will da nicht dauernd runterlaufen Doch Schau mal an wie fett du bist ja Also Ja fett ist Sau Schwein alter Ich guck deine Videos Ich guck deine Videos nur lauch Alter Du Schwein Nein alles nur Spaß alter Jetzt Die Leute denken alter Wir hassen uns oder so Naja ich hasse dich auf den Tod alter So Jetzt brauche ich nochmal Koppel Das heißt ich reiße mal die Mauer hier ab Dann habe ich wieder weg Gibt es eigentlich ein Longboard Was du dir gekauft hast Und zusammengebaut hast Das ist gut Das ist sau geilo Ja das ist super Wie hält das aus also an Gewicht Viel Aber es gibt ja immer so Unterschiede ne Manche halten halt wirklich wenig aus Und manche halt wirklich viel So das ist halt die Sache ne So der Brunnen ist gut Da Also ich mag den Brunnen Ihr auch? Ähm Ich guck mir den gleich an Wenn er nicht schön ist Reiß ich ihn ab Ich kann es nicht sehen Ich baue mich mal wieder hier runter Der muss mindestens so schön sein Wie ich ihn bauen würde Ja er ist noch nicht fertig Der muss so schön sein Ah er ist noch nicht fertig Er ist da Der muss Der muss so schön aussehen Wie Metos im V-Life Tja aber keiner weiß wie er aussieht Ha 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 Ich will ja nichts sagen aber Das Problem ist Wenn das so aussehen würde Wie ich im V-Life Würde keiner den Brunnen äh Schön finden Da würdet ihr wahrscheinlich Die ganze Map wegschmeißen Weißt du Metos verlangt jetzt von mir So ein Brunnen mit Pistons Und äh Und äh Und Wasserspritzen Und Redstone Und keine ahne was Wie wie? Oh man Ja genau Mit Redstone Schön hier mit Ein- und Ausschalte und so Genau Ey da könnte man eigentlich was machen Überleg ich gerade Oh Scheiße Alter jetzt gehts los Alter Ja Nachher kommen alle hier her Auch die Gegner später wenn wir neue haben Eventuell dann kommen die alle her Und gucken wir unseren Brunnen an So Und dann hörst du noch die Musik hier von Von Eine schrecklich nette Familie hier Ja da 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 Ja das sei auch im geilsten Schöp Achö Schöp KONSUM